Hallo! Auf der Welt gibt es unglaublich viele Pilzarten. Etwa 150.000 sind bereits bekannt. Einige davon gehören ganz normal zu unserem Körper dazu und leben auf Haut, Haaren und Schleimhäuten. Erst wenn unser Immunsystem geschwächt ist, gerät das Zusammenleben aus dem Gleichgewicht und die Pilze werden zu Krankheitserregern. Andere Pilzarten sind körperfremd und infizieren uns von außen. In diesem Video lernst du mehr über Ansteckung, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Pilze, die Pflanzen und Menschen befallen können. Wir werden uns den Fußpilz, den Candida-Hefe-Pilz, den Mutterkornpilz, den kompletten Film und und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. therein Wissen nach dem Tor. Aufctoral. Ansonnビrhandlers.